Was ist die Wurzel-Ortskurve? Das bestimmen. Und zwar ermitteln wir die mit Hilfe der Pole und Nullstellen des offenen Kreises. Und wir starten mit diesem Regelsystem. Wir haben den Regler DC. Von oben kommt möglicherweise eine Störung, dann die Strecke G von S und dann noch in der Rückführung die Sensorübertragungsfunktion H von S. Und für dieses System können wir mit unserer Kreisregel direkt die Übertragungsfunktion von R zu Y aufschreiben. Das ist dann die Lücke 5.1. Wir haben also als Y von S zu R von S. Das ist dann hier unser Vorwärtszweig. DC mal G von S und dann im Nenner 1+. Und jetzt mit dem Rückzweig DC von S mal G von S mal H von S. So und die charakteristische Gleichung von unserem geschlossenen Regelkreis ist ja der Nenner. ist der Nenner, also hier dieses hier gleich 0 ist unsere charakteristische Gleichung. Das heißt, es kommt dann gleich in die Lücke 5.2. Die charakteristische Gleichung ist also 1 plus DC mal G mal H von S gleich 0. Also das ist die charakteristische Gleichung unseres geschlossenen Regelkreises. Und von diesem geschlossenen Regelkreis möchten wir nun die Pole bestimmen, um unter anderem auch beispielsweise Aussagen über die Stabilität machen zu können. Und dazu bringen wir sie in Polynomform. Sprich, wir haben und wir lösen und wir uns interessieren die Pole in Abhängigkeit eines Parameters, den wir K nennen. Es gibt also einen freien Parameter K. Und in Abhängigkeit von diesem Parameter K möchten wir die Pole vom geschlossenen Regelkreis bestimmen. Und wir gehen davon aus, dass wir zwei Polynome bestimmen können, die wir A von S und B von S nennen. Und dass wir dann eine charakteristische Gleichung haben, die die Form A von S plus K mal B von S gleich 0 hat. Und aus diesem A von S und B von S definieren wir uns eine Übertragungsfunktion. Das heißt, ich kann die charakteristische Gleichung dann mit L von S folgendermaßen schreiben. Das ist dann 5.3. Wir haben ein 1 plus K mal L von S gleich 0 mit L von S gleich B von S durch A von S, was ich ja hier schon nochmal geschrieben habe. Bei einfachen Regelkreisen entspricht dieses L genau unserer Strecke G oben. Aber wir können auch nach anderen Parametern auflösen. Das ist also nicht unbedingt die Übertragungsfunktion. L ist nicht unbedingt gleich G. B kann sein, muss aber nicht. So, und dieses hier hat Lösungen. Je nachdem, welchen Grad die Polynome B von S ist, gibt es entsprechend viele Lösungen. Und der Ort aller Lösungen, das nennt sich die Wurzelortskurve. Und wir gehen jetzt davon aus, machen folgende Voraussetzung. Dieses L von S ist eine rationale Funktion. B von S durch A von S. Beide Polynome sind monisch. Und monisch bedeutet, der höchste Exponent hat den Faktor 1. Also wenn das A von S ist dann gleich S hoch N plus und so weiter. Also hier steht eine 1. Das bedeutet monisch genauso bei B von S. Das heißt, wir können folgendes für K mal L von S schreiben. Das kommt dann in die Lücke 5.4. Dieses K mal L von S ist also, wenn ich von B von S und A von S die Nullstellen berechne, dann ist das also K mal und im Zähler habe ich die Nullstellen des Zählers. S minus Z1 mal S minus Z2 mal und so weiter bis S minus Zm. Und im Nenner entsprechend habe ich die Nullstellen des Nenners S minus P1 S minus P2 mal S minus Pn. So und dieses monisch, das vor dem höchsten Exponenten eine 1 steht, deswegen können wir das so hinschreiben, weil der höchste Exponent ist hier S mal S mal S mal S und so weiter ergibt einmal S hoch M und unten einmal S hoch N. Deswegen können wir das so hinschreiben. Das kann man auch kompakter schreiben mit dem Produktzeichen. Das ist K mal hier so ein großes Pi für Produkt I gleich 1 bis M. S mal S minus Zi und hier unten haben wir ebenfalls das Produkt I gleich 1 bis N S minus Pi. Und jetzt schreiben wir uns drei Gleichungen auf, die alle drei äquivalent sind, die wir jetzt dann zur Herleitung dieser Wurzelauskurve oder für die Konstruktionsregeln benötigen werden. Und zwar für die charakteristische Gleichung. Das ist dann gleich die Lücke 5.5. Die charakteristische Gleichung ist einmal 1 plus K mal B von S durch A von S. Ist also, wenn ich jetzt das Polynom ausmultipliziere, ist das das gleiche wie 1 plus K mal, und dann haben wir hier S hoch M plus B1 mal S hoch M minus 1 plus und so weiter, bis wir schließlich B M haben mal S hoch 0. S hoch 0 ist 1. Und im Nenner entsprechend haben wir S hoch N plus A1, S hoch N minus 1 plus und so weiter, bis wir schließlich bei A N ankommen. Das ist gleich 0. Das ist also die eine Form der charakteristischen Gleichung, dass ich dieses Polynom ausmultipliziere. Oder die nächste Form ist, ich multipliziere mit A von S durch. Ich mache mal A von S. Auf der rechten Seite steht 0. Dann habe ich also die nächste Form ist dann A von S, einmal A von S plus K mal B von S gleich 0. Ist die zweite Form. So, und dann gibt es noch die dritte Form. Ich benenne wieder dieses B von S durch A von S als L von S und löse nach L von S auf. Habe also dann die 5.7. Ist dann L von S ist, ja, ich mache minus 1, K mal L von S gleich minus 1 geteilt durch K, ist dann L von S ist minus 1 durch K. Das sind die drei äquivalenten Formen der charakteristischen Gleichung. So, wenn ich jetzt nochmal hier die Lücke 5.3 anschaue, 1 plus K mal L von S und K mal L von S ist dieses hier, dann kann ich hier nach K auflösen. Ja, 1 plus K mal dieses. Wenn ich dann hier mache minus 1 und durch diesen Bruch, dann ergibt sich folgende Form. 5.8, wenn wir das nach K auflösen, ist das dann minus dem Produkt hier I gleich 1 bis N. Jetzt stehen hier im Zähler die Pole, weil ich ja durch L von S geteilt habe, minus Pi geteilt durch das Produkt I gleich 1 bis M S minus ZI und im Nenner stehen die Nullstellen. Ja, also das sind die drei Formen, Entschuldigung, 1, 2, 3, die drei Formen unserer charakteristischen Gleichung, die wir jetzt noch benötigen. So, und jetzt geht es hier mit dieser Gleichung hier weiter. Das P und das Z sind im Allgemeinen komplexe Zahlen, können reell sein, können aber auch konjugiert komplex sein. Das heißt, hier auf der rechten Seite steht das K, hier ist eine komplexe Zahl. Und das lässt sich jetzt in die Betragsbedingungen, komplexe Zahl hat ja Betrag und Phase, kann ich jetzt den Betrag bestimmen. Der Betrag hier ist einfach die 5.9. Dann sage ich, gut, was ist der Betrag meiner komplexen Zahl? Das Minus fällt weg und Betrag von einem Produkt ist das gleiche wie Produkt der einzelnen Beträge. Das heißt, ich kann die Betragsstriche hier einfach reinschreiben. I gleich 1 bis N Betrag von S minus Pi und entsprechend I gleich 1 bis M Betrag von S minus ZI. Das ist der Betrag. Und jetzt kommen wir zu der Phase und wir nennen Wir nennen den Winkel zwischen oder den Winkel der Nullstellen nennen wir Psi. Das sei der Winkel von dieser komplexen Zahl S minus ZI und der Winkel von den Polen Phi I das sei hier Winkel von dieser Zahl S minus Pi. So, und wenn ich die Phase von einem Produkt von komplexen Zahlen berechnen möchte, habe ich ja die E-Funktion E hoch und dann die Summe der Winkel. Das heißt, die Phase, die sich aus diesem Produkt ergibt, ist dann hier Lücke 5.10, ist dann eben die Summe. Im Zähler ist das Plus. Also haben wir hier Summe I gleich 1 bis M der Winkel der Nullstellen oder der, ja, also nicht der Nullstellen, sondern der Winkel von S minus der Nullstelle. Nenner ist negative Phase, also minus die Summe I gleich 1 bis N Phi I. So, und jetzt, was ist das gleich? Wir wissen aus Lücke 5.7, dass hier mein, dass das L von S gleich minus 1 durch K ist, ist eine negative Zahl. Negative Zahl, wenn ich hier Realteil, Imaginärteil, das ist, K ist eine reelle Zahl, minus 1 durch K ist eine reelle Zahl, also ist das irgendwo hier. Und davon der Winkel ist entweder Plus oder Minus 180 Grad. Ja, ist äquivalent. Das heißt, wir können die allgemeine Phase angeben hier. Das ist also 180 Grad und dann können wir immer 360 Grad dazuzählen oder abziehen mal L minus 1 und das Wichtige ist nur L ist ganz zahlig. Allgemein, also das ist, diese Phase muss herauskommen, weil wir müssen bei Minus 1 durch K auf der linken Seite landen. es kann 180 Grad sein, kann aber auch Plus oder Minus Vielfache von 360 Grad. Es muss aber genau 180 Grad oder 540 und so weiter oder minus 180 Grad sein. Ganzzahlig heißt, L ist 0 plus minus 1 plus minus 2 3 und so weiter. Müssen ganze Zahlen sein. So, und das Bemerkenswerte an dieser Phasenbedingung ist, da steht nichts von K. Das heißt, ich muss nur die Winkel hier aufsummieren. die müssen hier 180 Grad plus minus Vielfache von 360 Grad sein und K ist verschwunden. So, und das heißt, unsere Wurzelortskurve ist die Menge aller Zahlen in der komplexen Ebene, bei denen diese Phasenbedingung erfüllt ist. Und andersrum kann dann wieder über die Gleichungen hier zu jedem Punkt, der eine Lösung dieser Gleichung ist, ein K zugeordnet werden. Und wir haben ja hier beispielsweise hier, das ist ein Polynom hier, die Lücke 5.6. Wir können jetzt K variieren von 0 bis unendlich, das heißt, ich kriege hier immer ein anderes Polynom und mit der Phasenbedingung kann ich in Abhängigkeit von K beziehungsweise kann ich die Orte aller Pole bestimmen und daraus wiederum das K oder andersrum mit Hilfe des K die Pole. Ja und jetzt machen wir dazu ein Beispiel. Wichtig ist eigentlich nur, dass dieses K reell ist, weil wir nur reelle Verstärkungsfaktoren realisieren können. Es macht keinen Sinn, dass das K komplex ist. Das heißt, das K ist reell, immer reell und dadurch ergibt sich hier diese Wurzellortzkurve. Wir schauen uns das an einem einfachen Beispiel an. Eine Wurzellortzkurve WOK oder WOK ist die Abkürzung für Wurzelortzkurve. Auf Englisch heißt es Rootlocus. Und hier, das ist die Übertragungsfunktion einer von Spannung zu Position oder Drehwinkel des Motors. So, und jetzt möchten wir hier einen den Wurzellortzkurve für den Regelkreis bestimmen. Und zwar sagen wir, der Regler sei 1, die Sensorübertragungsfunktion sei 1 und das C sei 1. Das heißt, wir haben folgenden Regelkreis. Wir haben hier A durch S mal S plus C minus plus das ist unser Regelkreis. Ganz einfach. Ich muss mal doch noch ein bisschen größer. A durch S mal S plus C hier kommt Theta M raus V geht hier rein. Und jetzt möchten wir hier von die Wurzelorts Kurve bestimmen und sagen okay der Parameter A sei die Größe die wir variieren. Das heißt wir setzen 5.11 wir setzen unseren Wurzelorts Kurven Parameter K auf A dann ist unser L von S hier genau unsere Strecke C sei 1 haben wir also ist L von S 1 durch S mal S plus 1 damit haben wir natürlich B von S gleich 1 A von S gleich S Quadrat plus S Daraus folgt dann der Zählergrad ist 0 es gibt nur ein S hoch 0 also ist M gleich 0 die Z gibt es nichts keine Z ist keine Nullstellen nur Pole Wir haben den Nenner Grad ist 2 wir haben S Quadrat plus S N ist 2 und die Nullstellen von dem Nenner Pi das ist einmal Nullstelle hiervon ist 0 und minus 1 das sind meine beiden Nullstellen So wir nehmen jetzt folgende Form aus der Lücke 5.6 Wir nehmen diese Form unserer charakteristischen Gleichung wir haben also A von S plus K mal B von S ist dann einfach S Quadrat plus S und B von S ist 1 und 1 mal K ergibt K also ist das S Quadrat plus S plus K gleich 0 ist unsere charakteristische Gleichung So einfache quadratische Gleichung können wir einfach lösen ist also kann man direkt die Lösung hinschreiben unsere Lösung R1 R2 steht für Roots oder Wurzeln auf Englisch ist minus ein halb plus minus Wurzel aus 1 minus 4K halbe so und diese das ist jetzt die Gleichung für meine Pole in Abhängigkeit von K und das kann ich jetzt grafisch darstellen in Abhängigkeit von K wenn K gleich 0 ist wenn K gleich 0 ist dann sind wir hier in dem Moment dann sind wir hier in den Polen K gleich 0 ist der Pol des geschlossenen Regelkreises den es dann nicht gibt weil 0 ist dann sind die Pole vom geschlossenen Regelkreis hier jetzt erhöhe ich das K wenn man K erhöht solange K kleiner als ein Viertel ist ist diese Wurzel reell das heißt wenn ich K erhöhe dann gehe ich von diesem Pol hier in diese Richtung und bin zum Beispiel dann hier dann habe ich hier sind das die beiden Pole meines geschlossenen Regelkreises und wenn ich K dann so wähle dass ich hier unter der Wurzel genau 0 steht dann habe ich hier eine doppelten Nullstelle doppelten Pol wenn ich jetzt K noch größer mache als ein Viertel dann wird es konjugiert komplex das heißt ich habe hier dann gehen die Pole hier so auseinander in diese Richtung und vom geschlossenen Regelkreis kriege ich dann hier konjugiert komplexe Pole sprich der geschlossene Regelkreis fängt anzuschwingen jetzt kann man sagen okay ich möchte jetzt irgendwie ein K bestimmen und beispielsweise könnte man sagen ich möchte eine eine Dämpfungsmaß von 0,5 haben wenn ich Z gleich 0,5 habe entspricht das einem Winkel 0,5 30 Grad das heißt wir haben hier 30 Grad wenn man hier 30 Grad hat dann ist der Tangens von 30 Grad Wurzel 3,5 also Tangens heißt diese Strecke zu dieser Verständnis von dieser Strecke zu dieser Strecke Tangens 30 Grad ist Wurzel 3,5 dann kann ich beispielsweise hier sagen okay ich möchte hier dieses Dämpfungsmaß haben ich habe die Lösung vorhin berechnet dass meine beiden Pole Wurzel aus 4k minus 1 halbe ist ein halb plus minus Wurzel 1 minus 4k halbe und das Verhältnis von Realteil zu Imaginalteil ist Wurzel 4k minus 1 halbe das ist gleich Wurzel 3 halbe also ein halb wir haben hier ein halb und hier haben wir Wurzel 3 halbe das heißt k ist an diesem Punkt hier genau 1 wenn ich k gleich 1 wähle dann sind die konjugiert komplexen Pole genau da dass ich die Dämpfung 0,5 habe oder hier diesen Winkel von 30 Grad und dann habe ich hier diese vier Eigenschaften aufgeschrieben was wir beobachten können es gibt zwei Wurzeln und damit zwei Wurzelorte und wir haben zwei sogenannte Zweige der Wurzelorts Kurve wenn wir zwei Pole haben dann geht von jedem Pol aus ein Zweig los wir haben hier einen Zweig ich kann mal den anderen anders farbig machen und hier den zweiten Zweig der eine knickt um 90 Grad beispielsweise hierhin also wie die jetzt abknicken ist egal aber wir haben zwei Zweige wir haben hier den roten und den violetten Zweig zwei Pole das sind zweiter Ordnung wir haben zwei Zweige die knicken hier einmal ab bei K gleich 0 beginnen diese Zweige hier in der in den Polen von L von S bei uns hier in den Polen weil L von S gleich der Strecke ist von der Strecke wenn wir das vergrößern dann in diesem Fall wandern die Pole aufeinander zu treffen sich dann hier bei minus ein halb und dann wird es konjugiert komplex mit dem gleichen Realteil und die Summe der Pole ergibt immer hier minus 1 so und wenn wir damit zufrieden sind dann sind wir fertig mit der Regelungsaufgabe wenn das Systemverhalten noch nicht so ist wie wir uns das vorstellen müssen wir einen einen aufwendigeren Regler nehmen den Regler den wir jetzt entworfen haben ist dass wir hier bei als Regler sagen wir das sei hier ein k einfach nur eine Verstärkung hier haben wir die Strecke h von s ist 1 und Störungen haben wir nicht betrachtet ein ganz einfacher Proportionalregler wenn uns das nicht genügt dann muss man gegebenenfalls eben einen komplexeren Regler machen so jetzt können wir aber auch nicht nur einen eine Wurzelortskurve bezüglich dieser Proportionalverstärkung machen sondern wir können uns auch anschauen was ist wenn wir hier diesen Pol beeinflussen können dieses C jetzt interessiert uns also die Wurzelortskurve wie verändern sich die Pole des geschlossenen Regelkreises wenn wir den Pol unserer Strecke verändern also das C wir haben wieder hier die charakteristische Gleichung des geschlossenen Regelkreises die können wir ausrechnen das ist also S² plus CS plus 1 gleich 0 so und jetzt müssen wir sagen was ist unser K unser K ist das C also das K unserer Wurzelortskurve wir sagen also das K sei gleich C dann folgt daraus dass unser können wir das auch so schreiben das ist also dann S² plus 1 plus K mal S das heißt unser L von S war ja dieses geteilt durch dieses ist dann S durch S² plus 1 wir haben hier jetzt eine Nullstelle wir haben ein Z wir haben ein Z Z1 gleich 0 wir haben zwei wir haben Zählergrad ist 1 hier im Nenner haben wir zwei Pole ja P 1 2 ist plus minus i oder j nennen wir es j imaginäre Einheit j und der Nennergrad ist 2 wenn wir das jetzt noch mal ja nein LS ist S durch S² plus 1 wenn wir noch mal hier zurückschauen noch weiter L von S ist B von S durch A von S B von S steht bei dem Faktor A von S ohne Faktor deswegen ist hier L von S S durch S Quadrat plus 1 1 1 wieso kein minus ich habe nicht aufgelöst ja dieses hier ist B von S und A von S die Frage war das P 1 2 also hier die Nullstelle des Nenners die Pole S Quadrat gleich 1 gleich minus 1 Wurzel ist plus minus j als imaginäre Einheit so jetzt können wir noch mal die Wurzel Orts Kurven Form aufschreiben wir haben also 1 plus c oder k mal S durch S Quadrat plus 1 gleich 0 oder eben wenn ich mit S Quadrat plus 1 durch multipliziere eben wieder das ist S Quadrat plus C S plus 1 wir können diese quadratische Gleichung wieder leicht lösen in 5.18 die Lösung dieser quadratischen Gleichung ist dann R1 R2 die beiden Roots minus C halbe plus minus Wurzel aus C Quadrat minus 4 durch 2 so und wenn wir dieses hier auftragen wenn wir C bei 0 beginnen lassen dann ist dieses hier konjugiert komplex weil kleiner 0 unter der Wurzel dann ergeben sich hier diese beiden konjugiert komplexen Pole bei 0 minus 1 so und wenn man das erhöht dann ergibt sich hier diese Form dass es hier so kreisförmig auf diesen Verzweigungspunkt zugeht das heißt wir haben hier einen doppelten Pol des geschlossenen Regelkreises bei minus 1 und wenn man das C weiter vergrößert dann geht es hier auseinander und das eine landet hier in der Nullstelle des offenen Regelkreises und das andere geht hier links gegen minus und endlich so für quadratische Gleichung ist das kein Problem das so auszurechnen und zu zeichnen wenn Sie jetzt Systeme höherer Ordnung haben also n gleich 3 4 5 dann lässt sich es nicht mehr so algebraisch ausrechnen oder auch von Hand ausrechnen sondern dann kann man sich mit sogenannten Konstruktionsregeln behelfen dass man auch trotzdem die Wurzelort score bezeichnen kann auch wenn das System höhere Ordnung ist und da kommen wir jetzt dazu und und und